Wal! Ja? Bist du so nett und räumst ab? Ich komme. Jessica, meine Tochter. Ah, deine Tochter. Sie würde gern herkommen, um bei mir zu sein. Ist nicht wahr. Ja, aber natürlich kann sie das. Also, wenn einer zur Familie gehört, Schätzchen, bist du das. Und wie lange habt ihr beide euch nicht gesehen? Über zehn Jahre. Wal? Oh, mein Gott. Sie sind schon total aufgeregt. Du bringst mich dahin, wo du arbeitest? Ich wohne doch dort. Das hier ist mein Reich. Da ist unser Zimmer für Gäste. Also kann ich hier schlafen. Sag mal, sonst geht's noch spinnst du? Möchtest du das gern? Das kommt nicht in Frage. Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wo gibt's denn sowas? Die Tochter der Haushälterin am Tisch ihrer Herrschaften. Sag mal, wie machen die das eigentlich, dass das Wasser so sauber ist? Mach du dir mal keine Gedanken um den Pool, Jessica. Wenn sie irgendwann sagen, du kannst den Pool benutzen, sagst du, dass du überhaupt keinen Badeanzug hast und gar nicht schwimmen kannst? Ich weiß echt nicht, wo du das her hast. Mach dies nicht, mach das nicht, mach jenes nicht. Weißt du, was du bist? Du bist hochnäsig. Jedenfalls läuft's hier richtig scheiße. Oh, solche Worte will ich nicht hören. Das Haus war irgendwie leer, als du nicht da warst. Du tust so, als würdest du schneiden, ich tue so, als würde ich gießen und schön spionieren. Bringst du uns bitte einen Kaffee? Gibt's was Süßes, Walt? Gibt es was Süßes? Frag die mich. Gibt es was Süßes? Jessica, rate mal, wo ich gerade bin. Ich bin im Pool. Ja.